Hallo, René hier. Diesen Ratgeber über Chlorhühner oder Chlorfleisch wollte ich euch nicht vorenthalten und habe ihn deswegen in meinen Kanal getan. Ich bin auch gegen Chlorfleisch und Chlorhühner in der EU. Viel Spaß! Willkommen bei Ratgeber Erziehung. Unser Thema heute, die Pubertät. Beliebter Anlass für einen Streit ist das gemeinsame Essen. So kann die ganze Familie auf einmal terrorisiert werden. Das hier ist Ella. Scheinbar ein harmloser Teenager. Doch Ellas Mimik verrät uns, was nun folgt. Widerworte trotz Rebellion. So. Mann. Was hast du denn? Schon wieder Chlorhühner. Die Hühner werden nun mal mit Chlor behandelt. Das ist nun mal so. Das ist doch krank. Im Gegenteil. Das desinfiziert. Genau. Voll eklig. Und das Wasser im Schwimmbad? Ist das auch eklig? Ja. Gut. Ich verstehe. Mein Essen ist also eklig. Das war doch nicht so gemeint. Also Ella, komm. Du entschuldigst dich jetzt bitte sofort, ja? Sorry. Ich will einfach nicht so ein Fleisch essen. Also Ella, das war jetzt wirklich nicht nett. Auch noch nachtreten, wenn bereits Tränen fließen. Aber Teenager wollen eben immer das letzte Wort haben. Diesmal lässt sich Ella nichts anmerken. Noch. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Ist jetzt nicht euer Ernst. Oha. Das war das Signal. Spätestens jetzt sollten bei den Eltern alle Warnlampen angehen. Guten Appetit. Pip. Hört ihr mir eigentlich nie zu? Geht das jetzt schon wieder los? Das Chlorhuhn ist dem Prinzesschen nicht gut genug, hm? Du hast es doch immer so gern gegessen. Damals war es doch noch keine Chemiekeule. Ach, damals hat ja auch noch alles besser geschmeckt. Doch mit dem Bären auch mit der Scheinlachse erlegt, hm? Oder? In der Höhle. Sehr gut. Mit sachlich-nüchterner Argumentation unterstreichen sie ihre intellektuelle Überlegenheit. Ich meine das ernst. Ich esse das nicht mehr, okay? Was soll denn das jetzt heißen? Willst du etwa hungern? Wieso nicht? Ihre Freundinnen haben ja auch eine Essstörung, nicht? Haben sie nicht? So ein Quatsch? Ach, na ja. So vier, fünf Kilo könnte sie eigentlich schon abnehmen, oder? Ja, hast du ganz recht, ne? Ihr seid ja sowas von gestört. Und nur damit ihr wisst, meine Fügel ist top. Bravo. Das haben die Eltern diesmal souverän gelöst. Zwar hat Ella am Ende geschmollt, aber das machen Teenager sowieso den ganzen Tag. Ihr habt einfach ohne mich angefangen? Hier. Dein Lieblingsessen. Der beste Schutz gegen Teenager-Terror ist es jedoch, sie mit den eigenen Waffen zu schlagen. Mit Bosheit und Heimtücke. Das riecht ja so lecker nach gar nichts. Was ist das? Hungerstreikauflauf? Luftkompott? Ihr seid echt so assi. Wir wollten dir doch nur sagen, wie albern das Ganze ist. Lass uns wieder vertragen. Du hast uns übrigens einen ganz schönen Schrecken eingesackt, mein Liebes Fräulein. Chlor-huhn. 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 Hm? Hm? Tja, da hat Ella wohl ihre Lektion gelernt. Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zum mündigen Erwachsenen. Außerdem wollte sie wohl nicht ohne Abendessen ins Bett. Und jetzt fassen wir uns alle an den Händen und singen gemeinsam das Hühnerlied. Gack, 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 wasch mich mit Chlor. Gack, 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 schieb mich ins Rohr. Gack, 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 ich schmeck so fein. Gack, 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 den Chlor wäscht ein. Gack, 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 wasch mich mit Chlor. Gack, 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 schieb mich ins Rohr. Gack, 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 ich schmeck so fein. Gack, 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 den Chlor wäscht ein. Gack, 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 wasch mich mit Chlor. Gack, 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 dann lass mich schmoren. Gack, 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 ich schmeck so gut. Gack, 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 nur putz dein Blut.